hallo herzlich willkommen auf meinem kanal heute zeige ich euch wie man den bildschirm unter windows 10 aufnimmt zuerst müsst ihr euch das downloaden den link gibt es in der video beschreibung es ist kostenlos wie ihr seht kann man hier mehrere sachen aufnehmen aber wir wollen den bildschirm darum geht es ihr müsst euch die kostenlos erst mal downloaden ihr klickt auf diesen link ich habe das ja schon getan ich breche das jetzt gleich wieder ab hier so hier steht noch mal was was das programm alles kann was ihr damit machen könnt und so weiter konnte ich ja vorher durchlesen das ding das ding das programm ist großartig man kann alle formate aufnehmen so das ist das programm nachdem ihr es installiert habt startet ihr es wir sind die video einstellungen wenn ihr jetzt eine webcam habt oder könnt ihr euch auch aufnehmen für let's place oder eine netzwerk kamera hier internet kamera da irgendwie das sind die fps die stehen auf 30 könnt ihr euch natürlich auch höher stellen wenn ihr wollt das sind jetzt so die standardwerte ich habe das mal alles so gelassen dann geht es auf ok und jetzt gucken uns den nächsten reiter ein und zwar ist das audio da gibt es nicht viel einzustellen da könnt ihr noch mal euer mikrofon einstellen wenn ihr wollt oder hier den mausklick dann habe ich aktiviert das heißt wenn ihr jetzt was aufnehmt dann klickt das immer irgendeine schaltfläche da betätigt war eure aufnahme über bildschirm so das war's zum nächsten reiter ausgabe ziel ordner und sowas könnt ihr hier eingeben eine warnung unter 300 mb das könnte alles verlassen hier gibt da irgendwas ein user suite das ist mein spitzname videos debüt hier das könnte auch alles so lassen als standardwerte so dann könnt ihr hier noch den namen ändern ich habe jetzt desktop aufnahme genommen desktop aufnahme dann seht ihr wird das hier aufgelistet und erzählt er das 123456789 10 und so weiter das könnt ihr alles so lassen hier und jetzt geht es weiter zum nächsten reiter das sind die abkürzungen standard abkürzungen hier srg plus 1 100 prozent vergrößern srg plus 2 auf eurer tastatur 200 prozent srg plus f9 aufnahme starten srg f10 aufnahme stoppen srg f11 mauszeiger folgen also das was ihr jetzt hier seht dann hat er diese gelbe umrandung dann kann man das besser verfolgen als zuschauer ihr könnt auch noch sachen hinzufügen aber das würde ich alles so lassen das ist standard das reicht hier geht es auf ok jetzt gucken uns den nächsten reiter ein aufnahme da wird es ein bisschen interessant hier hier könnte die aufnahmelänge einstellen 10 minuten und wenn die 10 minuten abgelaufen sind dann hält die aufnahme an oder ihr könnt und endlich aufnehmen müsst ihr da einen haken machen nimmt er ohne ende auf das könnt ihr alles so lassen hier das sind die standard einstellungen jetzt kommt es hier unten kursor also die maus hervorheben würde ich so lassen dann seht ihr das so wie bei mir jetzt im video hier könnt ihr noch den radius vergrößern dann habe ich auf 200 gestellt und auf 100 500 habe ich so gelassen ihr könnt das natürlich noch größer machen ist der kreis um die maus dieser gelbe kreis noch größer so zum nächsten reiter momentaufnahmen da könnt ihr bilder machen von eurem desktop hier wieder in den zielorten angeben wo ihr das hin gespeichert haben wollt auf eurer festplatte das könnt ihr alles verlassen umbenannt ist standard das könnt ihr auch ändern den namen was ich bild als b2 monitoraufnahme 12 was weiß ich hier könnt ihr noch das format wählen die qualität würde ich alles so lassen ist alles standard nennen auf ok jetzt gucken wir uns den letzten an das sind hier so sonstige einstellungen dass das programm beim computer start automatisch ausgeführt werden soll würde ich nicht machen dauert das hochladen und das hochfahren zu lange das sind so alles die standardwerte würde ich alles so lassen und dann könnt ihr immer schön euren desktop damit aufnehmen unter windows sehen ich hoffe ich konnte euch mit diesem programm ein wenig helfen und es hat euch gefallen wenn ihr mehr fragen habt mehr tutorials braucht ihr sagt bescheid macht's gut ciao ciao